Was geht? Da bin ich ein Schnittchen. Vielen Dank fürs Einschalten und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Happy Wheels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich natürlich wie immer sehr. Und ja, ich muss sagen, ich bin momentan gerade noch ein bisschen gehypt, weil ich ja irgendeinen Trailer zu Mass Effect Andromeda noch gesehen habe. Boah, da muss ich aber sagen, dieser eine Trailer, wo der weibliche Commander Shepard da irgendwie noch spricht und so. Ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat, aber war ja eine meiner liebsten Spiele-Serien. Und also neben Zelda mit eines der besten Videospiele, die ich jemals gespielt habe, bin ich jetzt gerade nur ein bisschen gehypt. Aber wir spielen heute natürlich mal wieder eine kleine Runde Happy Wheels. Die letzte Folge ist da schon ein bisschen was her. Und da gibt es natürlich wieder schöne, gut bewertete Level hier von letzter Woche. Und wir schauen einfach mal rein, was wir hier so Schönes haben. Nehmen wir mal an die erste Stelle hier, Fixed Harpoons 2. Ich weiß nicht, ob wir das schon gespielt haben, das werden wir jetzt sofort sehen. Nein! Sieht nicht danach aus. Und ich muss da übrigens noch was sagen. Viele denken ja... Ja, was muss ich denn... Warte, ich bin doch gar nicht fertig mit Reden! Jetzt warte doch! Okay, das hat nicht funktioniert. Ich schwimme aber immer noch. Okay, boah, Alter, ich bin auf jeden Fall hart im Arsch. So. Menü und neu starten. Viele denken ja, dass ich Lippenstift drauf habe beim Spielen, ja. Das stimmt aber nicht. Übrigens, muss sehe ich gerade hier, weil ich habe hier mein Kamerafenster offen. Das sieht tatsächlich so aus. Also meine Lippen sind... Kirschrot. Das liegt aber vermutlich daran, dass ich bei meinen Kameraeinstellungen relativ viel Farbe eingestellt habe, damit man den Greenscreen gut wegkriegen kann. Ich muss mal ein bisschen rumspielen, ob ich das noch ein bisschen blasser hinkriege, weil das sieht doch ein bisschen... Ja, ich finde, ich habe schöne Lippen, muss ich sagen. Okay, gucken wir mal, dass wir diese Runde jetzt hier geschafft kriegen. Ich muss doch im Prinzip eigentlich gar nichts machen, oder? Ich drücke einfach gar nichts. Ich habe es geschafft, alles klar. Wunderbar, ist ja ein megatolles Level gewesen. Speed Run Blue. Sorry, it's short, but just run with your Segway as fast as you can. Raid fairly. Okay. Welcome to Speed Run Blue. Okay, da liegen schon Mienen. Das habe ich schon... Oh, shit! Okay, das wird, glaube ich... Nein! Ich lebe aber... Nicht mehr. Okay, so, jetzt versuchen wir das Ganze nämlich nochmal. Ich muss immer nur früh genug springen. Nochmal! Nein! So, jetzt aber. Ich muss früh genug abspringen. Das Problem ist... Warte, ja! Nochmal! Na, mein... Oh! Wir haben es geschafft, zumindest mit einem Bein. Reicht, um zu überleben. Rope Freeze! Hey, Spieler, ich bin zurück. Well, this is not the type of Rift I'm always making. This is one of the Freeze Rope, which is where your rope comes at the trigger zone. The rope will be freeze and you will have to swing the finish line. Okay, ich sollte mir das vielleicht mal aufmerksam durchlesen, was der da schreibt. Ja, okay, alles klar. Wir probieren das einfach mal. Ich habe es... Ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade nur so getan, als wenn ich es lesen würde. Ich habe so... Ja, okay, okay. Alles klar. Nein, wir probieren das jetzt. Wir probieren das jetzt. So. Ich muss also dieses Rope festhalten und jetzt... Oh, wie nice! Oh, das finde ich cool. Warte. Jetzt wird das da festgehalten. Oh, das ist ja fett! Nein! Das finde ich auch eine supergeile Idee. Aber erst mal die Maus hier aus dem Bild. So, komm, festhalten. Jawohl! Bam! Oh, da habe ich mir sogar noch das Bein gebrochen. Die Idee... Alter, was ist denn heute los hier? Wir haben ganz neue Ideen hier am Start. Ballfall with Timmy. Alles klar. Lol, wie hell... Alter, das muss ich nochmal machen. Oh ja, Timmy gibt es mir. Boah, Alter. Okay, das ist nice. Ich lebe aber noch. Ich kann auch ohne Körper überleben. Boah! Wieso? Ich dachte, ich lebe noch. Alter, voll nice. Das war aber nice, wie ich Timmy verloren habe. So, ich... Komm, Timmy, alles klar. Alter, du bist jetzt mein Gegen... Nein! Ich dachte, du bist mein Gegengewicht. Alter, ich werde dir aber auch zerstückelt, bis zum Gehtnichtmehr. Das könnte ich immer überleben. Jawohl! Das möchte ich aber nochmal machen. Das war witzig. Komm schon. Nochmal. So, Timmy, alles klar. Bam! Komm schon, ich will, dass der den richtigen Dank mit dem macht. Boah! Boah, der hat aber richtig... Oh! Und dann noch mit den Beinen so aufgekommen. Ne, komm, einmal noch. Da habe ich gerade Spaß dran. So, Timmy! Komm schon! Jawohl! Oh! Ich will, dass der richtig schön zerplatzt hier irgendwo. Okay, jetzt habe ich nicht mehr genug Speed drauf. Timmy! Oh, jetzt aber. So. Boah, warte! Ne! Hierbleiben. Ich will, dass ich den richtig irgendwo draufkloppe nachher. Warte. Ah, komm, Freundchen. Nein, hierbleiben. Vielleicht schaffe ich es ja sogar mal, den mitzunehmen. Boah, jawohl! Boah, nice. Hard Rope Swing 2. Das klingt doch mega nice. Hey, ich war noch nicht fertig. Oh, so. Also. Ja, genau. Ich muss da durch. Auf jeden Fall. Okay. Ja, das mache ich aber. Pass auf. Geben wir noch zwei Versuche, dann habe ich das. Scheiße! Da kam ich schon. Ja! Nein! Die Frage ist ja. Alter! Das soll machbar sein. Never ever. No problem, bitches, würde ich sagen. Hammer nice. Neon Escape Box. You have nine seconds to escape. Raid and save replays. Ja, bla, bla. Boah, eight seconds. Alles klar. Boom! 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 Ja! Komm schon, komm schon. Boah. Das war ja total easy. Survive the Axe. Okay, das heißt bestimmt wieder... Oh, wie nice. Das ist bestimmt richtig cool. Warte. Alter, das ist schwierig. Oh, komm schon, Coink. Nein! Warte. Oh, gewonnen. Da hab ich die noch im Arsch stecken. Warte, weg da. Boah, der sieht voll nice aus. I made a Jacksepticeye-Level. Lass mich raten, das ist bestimmt wieder irgendein YouTuber, den ich nicht kenne, der wahrscheinlich wieder 28 Trilliarden Abonnenten hat, den man kennen muss. Aber ich tue es natürlich mal wieder nicht. Aber es ist vollkommen egal. Speed is key. Ja, ein Jacksepticeye-Level. You don't say. Oh. Nein, hä, was? You died it? Alles klar. Das ist wahrscheinlich bestimmt so ein Insider. Okay, ich versuch's nochmal. Ja, das ist doch... Jawohl. Easy game. Fap Simulator 2050. 2050. Yeah, I can explain that. Wait. No, I can. Whatever, just play the level. Are you a Fab Master? How fast can you Fab save your fastest replay? Was muss ich denn jetzt machen? Wow. Loll. Ja. Oh, Gott. Ich bin der Master Faber of the Universe. Ja. Fab ihn richtig. ich bin kein beginnter ich bin master pepper ja 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 nein man ich habe jeden tag ja da glüht der stick das schwöre ich euch ja jetzt wird langsam jetzt noch mal alles geben impossible 99% alles klar das nehmen wir natürlich immer alles gleich in solche ja kein problem kein problem 3,33 sekunden so läuft das hier was stepney impossible okay alles klar alles klärchen die hapude war eine ansage würde ich sagen keiner kein ja kein problem ja kein problem für den fab master 2000 ja hier den fett gott oh scheiße ja alter so ich dachte ich könnte mich so voll matrix sein jetzt da durchhangeln aber das ding ist ich lebe noch nicht mehr so komm hier boah das war aber knapp ich glaube der will mich verarschen okay muss ich vielleicht auch nur den coin da einsammeln warte mal nein warum okay moment ich werde das ding ich werde das system jetzt verarschen komm schon jawohl gewonnen die frage ist schaffen wir jetzt eigentlich auch in die all das andere ding rein oder ist das nicht machbar ich lebe noch ich lebe noch ja damit sind wir auch am ende der heutigen folge angelangt ihr geilen schild hier und ich hoffe dass ihr wie immer ein kleines bisschen spaß hatte ich hatte es auf jeden fall und ja ich würde sagen der fab master der fab master verabschiedet sich für heute von euch macht euch noch einen schönen sonntag abend morgen denke ich mal wird es noch eine kleine folge black ops 3 gehen ich habe tatsächlich gerade ein bisschen spaß an dem spiel sogar ein bisschen viel und ich habe fast eine goldwaffe also vielleicht schneide ich ein bisschen was zusammen von meinen skilligsten kills oder so und ja wie gesagt wird mich freuen wenn ihr reinschaut wenn es wieder heißt happy wheels hardy miauuu